hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren skin vorstellen wir uns auf dem kanal sofort und gleich ja der toten schütze ist aus seinem grab hervor gestiegen für unser video extra um bei uns hier mitzumachen da ist richtig cool gefällt mir mega geil das teil und ich würde sagen lassen wir einfach mal laufen das coole ist hier noch so diese rauch das hätte diese animation hier hinten das geil sehr geil aus da hat das mit mir hier jetzt gerade jetzt hat er mich und gleich gibt er mir ein herz fast halt mal so gar nicht was war das ist ein erdbeer oder was die retten das gameplay rein von ihm 158 92 ok er sieht auf jeden fall echt cool aus natürlich die kombination auch noch mit dieser voodoo puppe da hinten drauf richtig richtig crazy sehr gut na sturm segel leider sieht auch geil aus hat was auf jeden fall hat das was den hat er sich geholt da ist großmaul entgegen gekommen muss immer darauf achten jetzt großmaul schreibt mir mal in die kommentare ob ich das gameplay von dem großmaul auch noch machen soll oder ob ich das nicht machen soll ich denke es macht Sinn aber bis jetzt noch nicht gehabt glaube ich das war jetzt in der zeit als die replay funktion deaktiviert war da ging das nicht und seitdem nicht gemacht er ist cool er ist echt cool toten schütze ja gut gemacht hier natürlich sich einmal in den busch reingesetzt und dann noch mal eine band davor gestellt so das war ich dann leider bin ich dann von dem anderen da hinten noch angeschossen worden aber auf jeden fall habe ich mir sofort dann sagen können jetzt hat er definitiv einen killer hat mich gerade getötet hat er die andere lackierung das sieht nämlich nein nein das ist nicht lackierung nein das ist nicht lackierung jetzt passiert glaube ich nicht mehr wirklich viel ja wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen da oben da schreibt was in die kommentare aboniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays mit Miniman gleich die Wurst haben wir jetzt übrigens auch müsst ihr mal gucken ist jetzt hinten am ende verlinkt haut rein macht's gut und tschüss jetzt können wir uns